Thrombose-Prophylaxe Mangelnde oder unzureichende Bewegung kann gerade bei einem längeren Krankenhausaufenthalt erhebliche Folgen für den Körper haben. Frühstmögliche Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil, um einer Thrombose vorzubeugen. In diesem Film zeigen wir Ihnen einfache Übungen, die Sie selbstständig und frühzeitig durchführen können. Übung 1 – Muskelpumpe im Liegen Zehen beugen und strecken Beugen und strecken Sie Ihre Zehen mit Kraft. Wiederholen Sie die Übung 15 bis 30 Mal und machen Sie dann eine kleine Pause. Führen Sie insgesamt drei Durchgänge durch. Sie können diese Übung beidseitig durchführen und auch im Tempo variieren. Atmen Sie während der Übung ruhig und gleichmäßig. Füße heben und senken Bewegen Sie Ihre Füße hoch und runter. Wiederholen Sie die Übung 15 bis 30 Mal und machen Sie dann eine kleine Pause. Führen Sie insgesamt drei Durchgänge durch. Sie können diese Übung beidseitig oder wechselseitig durchführen und auch im Tempo variieren. Atmen Sie während der Übung ruhig und gleichmäßig. Beine beugen und strecken Ziehen Sie zunächst Ihre Fußspitzen hoch. Beugen Sie dann im Wechsel Ihre Beine in den Knie- und Hüftgelenken und strecken Sie sie danach wieder aus. Wiederholen Sie die Übung 15 bis 30 Mal und machen Sie dann eine kleine Pause. Führen Sie insgesamt drei Durchgänge durch. Sie können diese Übung einseitig oder wechselseitig durchführen und auch im Tempo variieren. Atmen Sie während der Übung ruhig und gleichmäßig. Übung 2 Muskelpumpe im Sitz Sie sitzen aufrecht, die Füße stehen fest auf dem Boden, die Oberschenkel sind etwas nach unten geneigt. Wippen Sie mit den Füßen auf und ab. Wiederholen Sie die Übung 15 bis 30 Mal und machen Sie dann eine kleine Pause. Führen Sie insgesamt drei Durchgänge durch. Sie können diese Übung auch im Tempo variieren. Atmen Sie während der Übung ruhig und gleichmäßig. Übung 3 Muskelpumpe im Stand Stellen Sie sich aufrecht hin. Die Füße stehen dabei hüftbreit auseinander. Drücken Sie sich auf die Zehenspitzen hoch und senken Sie die Fersen wieder ab. Versuchen Sie hierbei einen zügigen und gleichmäßigen Rhythmus einzuhalten. Zur Unterstützung können Sie sich auch festhalten. Wiederholen Sie die Übung 15 bis 30 Mal und machen Sie dann eine kleine Pause. Führen Sie insgesamt drei Durchgänge durch. Atmen Sie während der Übung ruhig und gleichmäßig. Übung 4 Muskelpumpe beim Gehen Versuchen Sie, sich beim Gehen bei jedem Schritt in den Ballenstand hochzudrücken, wie bei einem federnden Gang. Führen Sie diese Übung während des Gehens eine Weile durch. Absolvieren Sie diese Übung nur, wenn Sie sich sicher und ohne Hilfsmittel fortbewegen können. Muskelpumpe beim Gehen bei jedem Schritt in den Ballenstand hochzudrücken. Muskelpumpe beim Gehen bei jedem Schritt in den Ballenstand hochzudrücken. Lausse die Übung für die Übung ist eine Schicksale die Übung ist in den Ballenstand hochzudrücken. com